So, damit das voll gespritzt wird. Oh ja, das muss voll für Anlauf reichen. Wir brauchen hier nur ein kleines bisschen blau. Nee, nee, genau, du brauchst ein bisschen blau da vorne, wo das Geg ist, und dann musst du das andere Geg nach oben klatschen. Oben. Da drauf. Das andere. Ja. Und dann hast du den Trall-Effekt. So, kleines wenigstens blau. Äh... War ja, stimmt, stimmt. Lass mal bitte wieder runter. Nee, du kannst das gleich alles blau. Naja, nein. Genau, in den Release rein, genau. So, und jetzt komm ich schon mal rüber. Und reicht dir ein Pfüffelchen. Ups. Hoppala. Das ist ja nicht fail. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ah! Ja! Sag nix. Sag nix. Sag nix. Sag nix. Ich kann das nicht irgendwie hingehen. Ähm, dummerweise musst du mir... Also ne, ja, bist ja drauf genau. Oh je, wie ist das eigentlich? Ist halt vollkommen... So. Ja, mit dem Ding. So. Erst den Schalter umlegen, ne? Ja. Go. Machst du halt Big Block, ist auch egal. Hauptsache... Ja, hau ich an. Hauptsache es geht mit oben. So. Bis du jetzt ein bisschen spritzen musst. Ähm... Oder? Dann musst du... Genau. Erst mal rösten dir das Viechmann. Moment, ich bewege den noch ein wenig. Ränge, geklinge Sau. Genauso. Kann ich raus? Theoretisch ja. Lass auch den Würfel oben. Denk dir den Würfel mit? Nur die mit dem Herzchen. Nur mit dem Herz. Hoppla. Ähm, ja. Ein Fehl. Ja was? Ich darf was. Ja, das stimmt doch wieder. Du bist um zur Felixplatte hier. Ja. Gern mich nicht mal gehört. Ähm... Wie haben wir... Stimmt. 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 Da unten ein Gate machen, dann flutschen. Stimmt. Ah, toll. Das fliegt mir zu Glück. Sag nicht, dass du schon geschafft hast. Auch nicht. Das ist ziemlich blöd positioniert. Kannst du nicht ein bisschen... Kannst du nicht das, ähm... das Pokal andersrum drehen? Andersrum? Ja, so... Na, andere Seite. Nicht so... Nicht flach, sondern gerade. So? Ja, so. Moment, warte. Batsch. Fall ich dir voll auf... So. So, jetzt lese ich kurz diesen Text. So, dann lies mal. Und ich mach meine Fails hier. Oh ja. Ähm... Ja. Das ist blöd. Du musst es umbringen. Oh ja. Moment. Ja, Moment. Ich hätt' dich aber. So, sollen wir so, so, so hin? Ja, besser. Ah! Jetzt ist es ein bisschen weiter. Hakel mich nicht da. Gibt's denn da keine andere Methode? Ähm, weißt du was? Kannst du ein bisschen blau hier auf dem Bogen klatschen? Ganz einfach. Hahaha! Wie? Wie? Die Theorie hatten wir gestern auch schon. Nur mein Gott funktioniert. Ja, weil wir es mal so kompliziert machen, muss ich ihn auch. Lass mich doch. Fettklasse hat Vorrang, Fettklasse. Ich sag' der Fettklasse hat Vorrang. Hahaha. Murmelchen. Kleines Murmelchen. Oh man. Oh Gott, der Text ist süß, der ist so süß. Ja, schick den mir. Ja, okay, weißt du was bist. So. Lieber. Da. Okay. Was ich immer so laut vorsagen musste. Oh mein Gott, ist gelangt. Ah, wir sind schon im 9. Wow. Das sind aber schnell. Ja, heute schon. Heute schon. Gestern 3 Stunden lang drangehockt. Du weißt ja, wie wir das hier machen. Nein! Hahaha. Hahaha. Oh, ich wusste, ich liebes das. Ah. Gibt die Leute, gibt die Häuser. Interessiert doch keine Sau. Ja. So, einmal hier. Was mach ich denn nicht? Kann mir das lange erklären? Haha. Ich komm ja nicht rein, wenn ich das jetzt... Ah, egal. Ja. Ja, du brauchst mich nicht so. Äh... Scheiß. Aber ich brauch hier den Gig von dir, sonst komm ich nicht mehr wieder rein. Ja. Du kleine Murmel. Du kleine Murmel. Du kleine Murmel. Du kleine Murmel. Ja, was ist hier drin? Ja, ich kreiste schon. Ja, ich kreiste schon. Oh ja, kreiste, ja. Ich kreiste, ja. Ich kreiste, ja. Ich kreiste, ja. Mach alles richtig. Okay, das wird langsam pervers. Du bist pervers richtig. Warum immer ich? Warum immer du? Ja, immer. Ähm, dein Portal ist ein bisschen zu weit. Ja, was? Unten. Ganz zu weit oben. Oh, ist das schön. So. Okay. Ähm. Das ist richtig knuffig. Äh. Viel Spaß beim Farben machen. Irgendwie spritzt es daneben. Wir haben ihr es damals geschafft, verdammt. Ja, wir haben die Flüssigkeit da pendeln lassen. Von da oben runter. Nachher. Aber ich habe es nachher pendeln lassen, nach dem... Auf den Schalke... Ja, es spritzt! Du musst es ein bisschen nach links schieben, das Portal. Bisschen nach links? Äh, ja. Ah, nicht so nach links. Äh, ich meine, naja, zugehe, mehr zugehe. Ja, genau so. Musst du jetzt ein bisschen mehr kommen. Ah, ja. Wie ist das? Ich verkorkste Kacke. Oh, ja, lass uns am Bogen spritzen. Vielleicht geht's besser. Wieso kriege ich nur so wenig Druck? Noch ein bisschen, komm. Warte mal. Fashimo Garcia. Geht's besser? Spritzt es besser oder spritzt es schlechter? Kommt gar nichts mehr raus. Warte mal. Andere Seite. Okay. Okay. Jetzt strullert's. Ja, stimmt. Dann bin ich jetzt so gejumpt. Und dann bin ich... Beim Jumpen hab ich das... Hab ich dann das Portal so aktiviert. Ja, aber es muss sich pendeln. Also es muss da unten... Es muss Krage nach oben gehen. Moment. 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 So. Genau. Und jetzt lass es... Irgendwann von der Decke runter muss es Krage runter. Genau. Und jetzt... Nein. Falsch. Es muss pendeln nach oben. Nein. Auch falsch. Shit. Es funktioniert nicht. Es muss Krage fließen nach oben. Ja, wie soll ich das machen? Ja. Ja. Irgendein ist die Pokale verlegen. Ui. Ja, jetzt geh jetzt auf das Falle. So sehr. Kaa. Wir müssen den Würfel färben, nicht gegen den Box. Ja, ich... I know, aber ich versuch es... Mach's mal von oben rum, geil. Lass mal von oben strullern. Oben. Von der Decke. Bissl... Bissl... Bissl weiter zurück. Dass du... Dass du unten noch einen Pendel machen kannst draus. Nein. Andere Ecke. Eine andere Ecke. Eine linke untere Ecke. Jetzt sieht doch immer nicht aus. Noch ein Stück. Oder geräst ein bisschen gerade. Auch nett. Ach, scheiße. Warte. Ich suche. Ich suche. So auch nicht. Ja, wir müssen das gar in der Mittlinge bei den Großen einfach so kreiseln lassen. So wie gestern. Äh, ich hab die Lösung. Ja, dann mach. Warte. Blau. Da hin. Geh ich durch da. Äh, ba. Dann geh ich durch deins. Es setzt hier mein Portal. Aber jetzt hast du es so gesetzt. Ist egal, du gesetzt. Na so, hör ein. So wie ich gehe. Hab's gesetzt. Ist neulich mal sch... Ja, jetzt stolz. Das ging auch. Jetzt lass es mal. Der hätte jetzt auch mein Portal nehmen können. Ja, stimmt ja auch. Nein. Falsch. Nein. Oiga. Veräuscht mich nicht. Nuuu. Kommen. Pickel. Bin ich draußen? Ja. Bisschen draußen. Jetzt ersetzen wir das gerne hier. Und lass mal das bisschen strullen. Geh auch. Äh, jetzt geh ich da raus. Und legst den Scheiß um. Genau. Und du machst im richtigen Moment dann... Ja. Das ist richtige Geck. Okay, es hat eh schon Heeperspeak. Komm du Rambo Zambo Löffel. Und jetzt leckt bei mir wieder so. Oh. Äh, komm der Würfel. Ja, bei mir soll er auch ein bisschen. Würfel. Nein. Er kann ja eigentlich jetzt nicht kaputt werden. Jetzt wird ja immer blau. Was denn? Ha, ich hab ihn. So, jetzt muss man grad einmal... Warte mal, ich geh mal durch. So. Jetzt bleibst du hier genau stehen. Hier bei der Ecke. Da. Wobei... Nee, du musst mir ja den Laser erstmal umlenken. Genau. Hab vergessen. Laser umlenken bitte. Äh, Laser. Wie denn? Ja. Geh den Würfel rein quetschen. Danke. Wie soll ich sonst gefliegen gehen? Äh, lass den Block mal... Äh, plötzlich lass ihn los. Äh, geh aus dem Laser raus. Und, äh, setzt bitte das Geg da hinten drauf. Auf das Weiße. Und eins hier bitte drunter. Hä? 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 Da oben ist... Musst du klatschen auf der Seite da. Irgendeins. Und... Und hier noch eins. Geronimo. So. Und jetzt schnapp dir den Würfel. Und geh zur Ecke. Also da lang. Genau. Mach dir mich. Ähm, ja. Duschen. wie ein Pro. Okay, nun kommen wir zum schwierigen Teil. Zum bescheuerten Teil. Ach, so schuld ist der gar nicht. Wie hupf gar so komisch. Äh. Scheiße. Zu weit. Fresse. Das raken wir schon oben. Nein, nicht. Ich dachte jetzt... Ja. Das raken wir schon oben. Auf. 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 Ha. Glückwunsch. Im vierten Versuch. Ha. Sind wir uns mal eins? Glückwunsch's. Schrebs. Leck nicht rum. So, ähm. Zack. Gessler hast dir so schön angegeben, dass es so leicht ist. Oh je. Irgendwas. Ja. Ah, mit Fresse. Ach, bei meiner Hackfresser fällt es ja nicht mehr auf. Du bist nur dynamischer Geborger, sehe ich. Hast du vergessen, zweitens mal zu springen? Nein, das habe ich noch nicht probiert. Lief mal nicht. Okay, äh... Fraps, hör auf, mir ramm zu ziehen, dass mein Spiel leckt, wenn ich springe. Hä, jetzt hast du ja auch gesprungen, während der Frips lief, also... Ja, aber da waren wir PZ vielleicht nicht 23 Stunden im Dau-Betrieb. Selva Schuld. Hä, es ging vielleicht Neustart und können ja in der Zwischenzeit. Hier gehen die Argumente aus, Scheiße. Ähm, wir wissen, dass geht mal verlegen, so dass, damit du hier nicht dauernd gegen die Bankflagg hast. Ähm... Ich wusste doch, irgendwas passt hier nicht. Ich hatte die andere Seite hier. Vielleicht solltest du auch anglaufen geben, so wie ich das mache. Na, also, ein Mümmelchen. Fisch, please. Go! Äh... So, wir sind am Endgang, naja, mehr oder weniger. Sie hat das Licht ausgemacht, macht sich deaktivieren. Okay, ganz gut. Sie hat das Licht wieder angebracht, macht sich deaktivieren, deaktivieren. So, wo ist unser Kieler Vögelchen? Oh, ja. Moment. Ich hab was vergessen. Das Sturmhupfending. Das schon. Ist schon. Falls du es triffst. Ich treffe immer. Weibsing. So. Das wird in Sprache. Klar. Oh. My. Gott. Der Vogel. Lauft. Dafür hab ich keinen Plan. Abbrechen. Vergesst das Training. Lauft. Was macht ihr da? Waren lauft ihr nicht? Zurück. Ja, ich bin ne mutige hier, ne? Ihr seid keine Tötungsmaschine. Wie denkst du chillt? Lauft. Oh Gott. Abbrechen. Mission abbrechen. Ja. 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 hat euch im Stich gelassen, weil ihr wertlos seid, wertlose, ungeliebte Flügel, mit Fänden, hässlichen Schnäbeln. Hier mal einen Eimer raus, hier mal einen Eimer raus, hier mal einen Eimer raus, hier mal einen Eimer raus stellen. Schwarzer, hier mal einen Eimer. Ich bin hier mit dir, du Bootsstabel, du Matschbirne. Ja? Du Matschbirne. Möchte die einfach reinplatzen, ich liebe es. Hm? Mütter, die einfach reinplatzen, ich liebe es. Ja, musst ihre Augen krank schnauzen, dann geht's. Boogal 3, die Krähe gesto ist. Naja, wenn Half-Life 3 kommt, müsste auch Boogal 3 kommen, theoretisch. Theoretisch. Dann gibt's technologische Modelle der Superkrähen. Wieso nicht? Oh. Dem, worüber da kann ich's zutrauen. Dem Schrotthaufen, ja. Oh, ich webrige mir einen. Also, Junge. Ja. Vielleicht zum nächsten. Oder willst du erst einmal abbrechen und mal machen? Ich würde sagen, das reicht jetzt mal für heute. Ja. Ich verabschiede mich. Tschüss. Ja, du musst dich auch verabschieden. Durch ja. Auf Wiedersehen. Hast du la vista. Bis irgendwann. Ja. See you later.